Moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Video auf dem Kanal Jessy. Ja, ich bin beim alten Lager. Ich hatte schon mal einen Kanal, der wurde leider gelöscht, warum auch immer. Aber egal, da habe ich schon Videos hier hochgeladen vom alten Lager. Die kann ich leider nicht neu hochladen, weil ich das nicht mehr habe, die Videomaterialien. Und ja, da überall ist das alte Lager. Und ich schaue jetzt nach einer Birke, dass ich da ein bisschen Rinde abnehmen kann. Und wir sehen uns dann später wieder. Leute, ich habe jetzt ein bisschen Birke gefunden. Also eine Birke, ich weiß nicht wie viel Wald. Und das ist die Auswahl der Birke, die drei Sachen. Dann habe ich noch ein bisschen andere Rinde gesammelt, ein bisschen Lianen. Jetzt schaue ich noch wegen kleinen Stücken und ein bisschen größeren Stücken. Und dann versuche ich ihn vorher zu machen. Also bis dann. So Leute, ich habe den jetzt angeschmissen. Dann kochen wir jetzt Nudeln. Und ja, wollte ich nochmal Bescheid sagen. Bis später, wenn ich esse. Oder vielleicht noch später. Schauen wir mal. So, die Nudeln sind schon fast fertig. Ich esse dann und dann mache ich mich auf zu meinem nächsten Projekt. Weil heute will ich noch ein Shelter bauen. Und einmal noch eine Feuerstelle, eine richtige. Das ist der Plan für heute. Und schauen wir mal, was passiert. Bis später. So Leute, ich habe jetzt fertig gekocht. Das verleibe ich mir jetzt rein. Und ja, ich habe ja vorher schon gesagt, Shelter und Lagerstelle, wie ich heute noch fertig habe. Aber ja, ich schaue, ob ich Aufnahmen vom Essen mache oder nicht. Aber ich glaube ja nicht, weil das wollte ich glaube ich nicht sehen. Aber ja, wir sehen uns dann später. Spätestens bei Shelterbau oder Feuerstelle, was ich zuerst mache. Schauen wir mal. Ja, bis dahin. So, da bin ich wieder. Ist nicht lange her, weil ich habe noch nicht gegessen. Aber ja, sorry falls es wackelt. Ich versuche so gut wie möglich zu stabilisieren das Video. Aber es geht ja nicht alles weg, weil ich tue mir ein Handy aufnehmen. Und mit einem einfachen Stativ. Und ja, wollte ich nur noch sorry sagen. Ich schaue, weil ich war jetzt mal auf Moped und Mopedführer schauen. Und danach schaue ich, ob ich vielleicht GoPro oder eine Canon Kamera oder so bin. Ah ja. Wir sind hier in Österreich, wollte ich nur sagen. Und im Winter. Und ich schaue, ob ich vielleicht den Pilzer so finde. Oder Bären. Aber ich kann nichts garantieren. Aber so lange werde ich auch nicht suchen, weil ich will das Dessen noch relativ warm haben. Und ja. Ähm. Sonst. Falls ihr Bock habt auf mehr solche Videos, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Damit euch das gefällt. Oder schreibt es in den Kommentar. Oder was auch immer. Und. Ja. Ähm. Aber würde mich sehr positiv unterstützen. Und auch sehr freuen. Weil. Mir machen die Videos auch Spaß. Sonst würde ich es ja nicht machen. Und. Ich hoffe der Ton passt. Und nicht scheue ich, dass ich es im Schnittprogramm noch besser mache. Aber ganz gut kann ich es nicht machen. Und ja. Ähm. Ähm. Im Sommer. Können wir. Mehr machen. Bin ich ehrlich. Weil da ist es nicht zu kalt. Die Tage sind länger. Also es wird im Winter halt vorher dunkel. Als im Sommer. Und. Ja. Ähm. Im Sommer können wir dann. So richtig anfangen zu. Also wirklich. Bären sammeln. Ich glaube Herbst ist die Jahreszeit. Für Pilze. Oder auch Sommer. Weiß ich gar nicht. Wollte mich noch erkundigen. Ähm. Aber. Ja. Ich habe jetzt nichts gefunden. Also keine Pilze. Weiß ich schon. Habe jetzt immer um der Dunkelhaut. Ähm. Jetzt gehe ich zurück zum Lager. Esse was. Wenn es. Nicht mehr so heiß ist. Hoffen wir es mal. Und dann. Wie angekündigt. Ich glaube ich fange mit dem Schelter an. Und dann die Feuerstelle. Ähm. Ja. Bis gleich. Das ist jetzt Neuer. So Leute, ich habe jetzt zusammengepackt, weil mir ist schon richtig kalt. Und ja, ich mache mir jetzt auf nach Hause, ich zeige euch noch, was ich jetzt gemacht habe, noch Off-Cam, weil ich hatte irgendwie keine Lust zu filmen. So, ab geht's. So, einmal hier, Shelter habe ich angefangen, da habe ich die paar Stöcke auf der anderen Seite auch, habe ich so zwei Balken, die ich gefunden habe, genommen, habe da zusammengeschnürt, weil sonst hätte es nicht gehalten und ja, dann, eine Sache habe ich noch gebaut. Wartet, ich dürfte noch nichts sehen. Ich setze mich erst mal drauf. Hoffentlich bricht es nicht. Aber dürfte eigentlich. Ja, ja, das ist jetzt richtig. Ich schauke, also schauke, sagen wir mal eine kleine VIP-Bank. Und ja, ich gehe jetzt runter und ich filme gleich nochmal. Macht den Schluss und ja, bis gleich. So, sorry, falls jetzt wackelt. Aber ich habe jetzt das Stativ nicht, weil ich auf Seitenpackt. Und ja, also mein Resultat für heute ist sehr schön. Ich habe sehr viel machen können. Und ja, was ich noch machen muss, ist einmal Handschuhe kaufen, weil mir schon richtig kalt in den Fingern ist. Und weitens eine Baumarktplane kaufen, für einen Shelter. Ja, das ist das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, was ich als nächstes machen soll, was ich noch so bauen soll und ein paar Tipps und Tricks reinschreiben. Und ja, dann, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bleibt schlau. Ciao, ciao.